Liebe Leute, ich möchte mich hier mal vor euch präsentieren, im Bikini, als Beweis sozusagen, dass es auch dem Irrmann schon recht sommerlich zugeht. Ich finde euch, wie gesagt, beste Grüße aus Klonski, aus meinem wunderbaren Garten. Diesen Grüßen schließen sich an. Kurzer Schwenk zur Kirsche. Prächtig blühen, wie man sieht. Und mit einem kurzen Schwenk die Fäschespinne, der Conservatory und natürlich auch die 1A-Klimatik.